Ein Ford Transit Zustum ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Van ist 5 Thürich, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 7,0 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis